Die Geschichte von Jimmy Hell. Finde Jimmys Geheimnisse raus, indem du Geister über die Sachen befragst, die du findest und somit Zusammenhänge herstellst, die die Geister zum Auftauchen veranlasst. Jimmy wird sein Bestes versuchen, dich daran zu hindern, die Wahrheit herauszufinden. Ja, gewöhnlich, what the fuck. Hall, achso, Hall. Obviously. Das Spiel ist richtig laut für mich. Alter. Oh, das klingt so real und hier. Ich glaube, ich kenne die. Also nicht persönlich. Ich möchte das nicht. Irgendwas verlassen Ding mal irgendwo hinschieben, wo man es nicht so mitten im Bild sieht. Sie ist richtig erschrocken vor dem Typen, verständlich. Wie guckst du dich? Stopp. Stopp. Du magst deinen Hut, der wird dir gut stehen. Und man sieht an den Haaren, wie der gegrreenscreened ist. Nein, vielleicht doch nicht. Nein, vielleicht doch nicht. Das ist so anstrengend. Soziale Kontakte sind echt schwer, Mann. Ich habe es ein bisschen laut. Ja, das ist ein bisschen laut. Abgefuckt. Ja, unangenehmes Gespräch. Voll. Ihr unkultivierten Leute, guckt einfach Twitch, was tut er auf. Okay, er ist ein Psychopath. Und das bei der Frisur und dem Hut. Und ich werde niemals drauf bekommen. Ich will es nicht hören, okay? Nicht heute Nacht. Nur die Kinder haben Angst. Sie haben keine Sprache. Wäre das alles nicht passiert, wenn wir seine Show angeguckt hätten? Ich hätte jetzt kein Problem damit. Ihr guckt nicht mal eine Comedy-Show. arde. Wir wissen, wie Kugel ist da. Mein Schwerpunkt ist für einen Konsens, Und das ist der Weg, um es zu tun. Oh, hat der Hut die Haare dran? Ja. Das ist ein Spielfilm? Das war ein Filmkreis. Das ist das Gerät, was du gefunden hast. Wie wähle ich das denn aus? Oh, mit der Maus. Ich war komplett drüben. Ja, habe ich. Ja, das ist ein Pointen-Klick. Okay. Okay. Okay, hier ist, glaube ich, keiner. Ja, dann direkt erstmal in den dunklen Gang, hätte ich gesagt. Es ist halt ein superschönes, helles Hotel. Es ist jetzt nicht superschön, es ist ein bisschen abgewrackt und so. Aber es ist ganz schön und hell. Eigentlich ist es jetzt gar nicht so das Horror-Ding gerade. Denn die ist ja richtig am Sprinten. Doch, doch, out of order. Ja, ich weiß, ich muss einen Kompass finden. Ruf den Aufzug. Okay. Wieso kann ich eigentlich den Aufzug nehmen, aber nicht die Treppe? Ich möchte ans Telefon. Das kann ich nicht. Untergeschoss. Das stimmt, aber wenn ich im Aufzug stecken bleibe, ist das auch nicht gut. Cam nach unten rechts. Ist das besser? Hier so hin. Okay, wenn das besser ist. Es ist bisher jede Tür zu. Das ist ja unglaublich. Oh, hier sind noch ein paar Spielautomaten. So. Uh, ein Pisspot. Ich verstehe nicht ganz, warum ich hier nicht... Ich habe es verstanden, aber wo ist der? Okay. Woher soll ich wissen, in welche Etage ich soll, Mann? Hier weint zumindest jemand. Ich bin hier für irgendetwas richtig. Dann waren wir jetzt ground. Dann gehen wir jetzt heutzutage ins Erste. Alter. Jetzt ist mir richtig warm. Fuck. Können wir wieder aufhören? Können wir Mario spielen oder so? Not-Taste Mädchen im Keller. Wie Not-Taste Mädchen im Keller. Ich kann da so in alle Zimmer. Hier ist es schön. Ich glaube, er ist noch nicht in der Nähe. Oh, mir ist es so warm. Es ist der Hammer. Ich kann die Schubladen durchsuchen. Ah, ja. Uh, nice. Storeroom. Aha, ja. Kompass. Ey, wieso bin ich eigentlich direkt unten in den richtigen Raum? Okay, cool. Wie nutze ich den Kompass? Okay, ich muss wieder in den Keller, um denen was zu fragen. Ich muss den magischen Spiegel führen, ich weiß. Ich kann ihn rufen. Oh, ich kann ihn nicht nehmen. Dem Kind geht es nicht so gut. Wer ist da? Ach so, ich dachte, ich kann über die Sachen reden. Hello? Aber vielleicht nur, wenn jemand antwortet. Ja, okay. Vielleicht nur, wenn jemand antwortet. Ich habe jetzt in beide geguckt. Ich werde gerne noch in diesen Nachttisch geguckt. Aber das nicht. Nein, da wollte ich nicht reingucken. Dankeschön. 1-0-1. Das ist mein Raum. Ich habe mich vor dem Sessel erschreckt. Ein bisschen. Hey, eine Kochmütze. Okay. Okay. Schlüssel ist gut. Das ist mein Raum. Ich kann mich einschließen. Nice. Okay, mach auf. Spiegel. Nice. Gut, dass die Schrift so übereinander ist. Das sieht großartig aus. Entweder bei der Tür in einem Zimmer oder in der Küche im Erdgeschoss. Nutze den Spiegel, um Hinweise darüber zu finden, wo du hingehen oder welches Objekt du es nächstes Mal benutzen sollst. Wie nutze ich den Spiegel jetzt? Es geht nur in dunklen Räumen, ne? Also auf dem Klo. Nee, das zählt nur als Versteck. Okay. Ach komm, der Typ kann ja auch endlich mal abhauen, oder? Warte. Da war ich jetzt drin. Da komme ich her. Ist echt schlimm, dass der nicht kommt, ne? Geht nicht. So, jetzt. Ja! Dad. 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 Ja, der läuft schon rum, man. What the fuck, ey. Alter, ich hab mich ja so verjagt. What the fuck? Du hast nichts mitbekommen, ey, Teil. Toll, da war er schon wieder. Erster Stock. Bonkman. Im Keller und Erdgeschoss ist man safe. Rein da. Aber anscheinend bringt er mich nicht um. Der bonkt mich und dann stehe ich irgendwo, oder was? Das war's? Das ist ein Lapp. Shit. Nein, 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 nein. Ja, genau, meine Batterie ist leer, Alter. Ich raste aus, die Steuerung. Oh, nein. Geh in meinen Raum und schließ ab, du. Äh, wie, wie, na shit, wie mach ich das? Ja, meine Maus ist leer, ich weiß. Fuck, ich bin mit dem Karten. Jetzt geht's aber los. Okay. Die Sau. Ich raste, 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 ich raste. Ist der dumm? Ist der blöd? What the fuck? Ist der dumm? Und wie schließe ich meine blöde Tür ab? Ah, okay. Okay, have understand. Nein, hier. Das war das Bad. Ja. Okay, okay, okay. Nein, oh mein Gott, die Steuerung ist schon ein bisschen... Hey, da ist es. Dann gehen wir mal in den Keller. Is someone there? Ja, ich habe das Hallo gehört. Okay, falscher Raum. Ist jemand da? Was ist dein Name? Ich bin Amy, ich bin Tad. Ich habe eine Frau im Schrauben, die sie schreit. Wer war sie? Es war ich. Oh, uncool, Jimmy. Uncool, Jimmy. Okay, das ist Jimmys Zeichnung. Ey, du kannst es wiederhaben. Kein Ding. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sag dem Koch. Diazepam. Also, wenn du mich jetzt damals als 10-jähriges Mädchen gefragt hättest nach Diazepam, ich hätte keine Ahnung gehabt. Was zum Teufel ist Diazepam? Ne, da komme ich her. What the fuck? Geh zurück, Mann. Okay, er geht weg. Alter! Dieser Blödmann. Also, ein 119 ist noch im Spiegel. Nein, nicht verlassen, du blöder Vogel. Ich wusste es, ich wollte nicht verlassen. Ich wollte in den scheiß Ding ins Gucken, Mann. Okay, ich muss nicht mehr Pipi. Nein, ich muss mal kurz auf Klo. Oh, scheiße. Ich muss mal in jeden Raum rein. Und, äh, gucken, was so da ist, damit ich das halt die Geister fragen kann. Das ist eigentlich gerade das Wichtige. Nein, das habe ich nicht gedrückt. Du bist so dumm. Der ist doch in der Nähe, du doofe. Oh, Mann. Okay. Ich gehe mir noch meinen Apparillo holen, dann gehen wir noch mal mit dem Mädchen im Keller reden. Und dann haben wir fast null. Dann reicht's. Apparillo nehmen. So, Maghul. So, Maghul. Wieso sind die Geister hier eigentlich cool und der Typ ist blöd? True. Why? Was hast du dir getan? Okay, sie weiß es nicht. Er hat es immer bei sich. Und? Und? Und jetzt? Wenn du gesagt hast, Jimmy stole Dinge von dir, ist das verbunden mit dem du gesagt hast? Ja, er hat das getut gelassen. Aber er wird lu, wenn ich nicht chercherke habe! Und er hat meinen Geld gerettet. Er ist schront. Er hat ihne vermisst, aber er hat er più powerless gemacht. Das istcolored schön! Ich habe dieなんです. Ich habe den Teil noch keinen Bock. Spielt jetzt seine Show. Ich stehe ja auf den das Britisch, was die reden, ne? Ja, Amy. Nein, Arschloch ist obviers. Opa! Dankeschön! D hoch dazu. Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel für eine Zehnjährige. Finde ich nicht cool. Turpentine. Lampen wahrscheinlich. Jimmy stehlen und Turpentine. Bullshit-Frage. Das habe ich nicht. Hier drin habe ich mich, glaube ich, noch nie vor ihm versteckt, wenn er wirklich reingekommen ist. Aber dass ich den jetzt hier reinlocken soll, ist ja auch Blödsinn. What the fuck? What the fuck? Is it Amy? Yeah, I'm Amy. I saw you holding a toy on fire. Alter. My uncle burned. It was really hurting. I couldn't tell anyone. Mhm. Das war krank, ey. Okay, und sie ist weg. Oder? Ja, sie ist wieder weg. Komm, wie, wer möchte in seinem Hotel seine Show angucken, wenn man hier immer rauskommt und sagt, der Typ hat mir in der Nacht fünfmal auf den Kopf gehauen. Das ist für ein Service. Gehobener Service und Art Minister. Gehobener Service und Bonken. Ja, genau das ist es. Ist er jetzt weg? Ich bin schon wieder in die falsche Tür. Okay. Aber hier klopft es halt so heftig, ne? Ja. Tava, eil, eil. Is anyone there? Is anyone there? I'm telling you, Jimmy, you can't do that. You're home. Is it Amy? Yes, I'm Amy. Okay, kannst du mir erst noch andere Sachen beantworten? Nein. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? I was trying to find the doctor, which he was searching me and made me stay. Sammelalbum. I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Jimmy made it. I don't know why. He was strange. Ja. Was werden wir schon noch rausfinden? You said you couldn't tell anyone about your hand getting burned. Does that have anything to do with what you said about the sword? Warum sollte es? Fucking stupid. Ja, das hier. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Okay. Da haben wir nichts mehr rausgekriegt. Okay. Wenn es so laut rauscht, nicht. Nein. Der was zum Teufel klopft hier so. Hier blöts. Hier rein guckt. Perfekt. Ja, ich muss irgendwie... Okay. Nee. Da ist der Typ. Da ist der Doktor. Ich bin nur hier, um ein kleines Chat zu haben, okay? Danke, Jimmy. Ich werde nicht mehr rausgehen. Okay, man muss einfach nur mal in die Gänge gucken oder so. Hey, wir haben einen neuen zum Reden. Was ist dein Name? Dr. Bates, ich bin ein klinischer Psychologer. Glaubst du? Wer ist der Kugel? 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 Ich habe ein paar Trophäe gefunden. Wer hat sie gewonnen? Ich weiß nicht. Ich habe einen Mann knackt auf die Tür, zu sagen, Jimmy, dass er da war, um Hilfe zu helfen. Wer war das? Es war ich. Ich habe ein Kugel. Ich habe ein Kugel. Jimmy's Mutter. Sie wollte ich mit Jimmy sprechen. Ich war ein. Ich habe eine Kugel. Aber ich war ein Kugel. Ich habe einen Kugel. Ich habe ein Kugel. Wofür war es? Wer hat es? Ich habe eine Kugel gelungen. Ich habe ihn. Es war eine Warnung. Es hilft, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Hälfte. Hatte ich irgendwas noch nicht, was vielleicht wichtig ist. Die Drahtspule hatte ich noch nicht. Das ist richtig. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur das, was er gemacht hat. Ich sah die kleine Frau, Amy, ein Spiel auf dem Feuer. Was hat passiert? Das ist wahr. Ja, guter Joke, Mann. Nice one, Jimmy. Wahrscheinlich zum Chef. Was ist das für ein komisches Hotel, Mann? Hatte ich... Das hatte ich, glaube ich, auch. Damit haben wir alles. Ah, nee. Und das. Wenn du gesagt hast, Harvey war worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes, they suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned, until I started to realize how far his imagination went. Erster Stock. Okay, er ist weg. Okay, dann haben wir auf jeden Fall eine Menge gelernt. und das war's mir vor. Und wie seht, wenn ich das nur sage, was er das? Dann hat er nicht zu những... Wellen, das war mir. Und wenn ich es euch auch ein wenigstens bahnt. Dann habe ich auch Angst. Und wie?